Hey Leute, heute zeige ich euch, wie man ganz einfach eine kleine Nase zeichnet. Dafür braucht ihr Papier, BÄM, einen Stift, Radiergummis. Wir machen drei Kreise, zack, zack, zack. Dann kommt hier ein Nasenloch hin, hier kommt ein Nasenloch hin und hier kommt ein Nasenflügel hin und hier auch. Uh, das Papier ist voll angenehm. Und hier ist die Nasenspitze. Sieht jetzt noch aus wie ein kleines süßes Gesicht, aber es wird eine Nase werden. Hilfslinien wegradieren und jetzt schattieren wir hier lang, hier hoch, in die Augenhöhle, die nicht existiert und hier runter. Unter der Nase nicht vergessen und auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Und einmal hier rüber. Jetzt brauchen wir ein Stück Küchenrolle. Zack, zack, zack. Hier unten, hier drüber und nochmal schattieren. Und nochmal verblenden, aber nicht zu doll. Vorgesicht. Noch ein paar Details und fertig. Kleine Stupsnase.